Musik 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 So, damit die Elefanten hier am kleinen Mini-Tempel nicht verhungern und nicht verdosten, gibt es natürlich Bananen und einen Drink. Musik Wir gehen jetzt erstmal zu dem Viewpoint nach oben. Musik So Leute, ich weiß nicht, ob man das hier so auf dem Video sieht, aber wir sind gefühlte 100 Höhenmeter gelaufen. Musik Es ist sehr anstrengend bei diesen tropischen Temperaturen hier. Hier fliegen schon erstmal Schmetterlinge. Wie lustig. Schmetterlinge gibt es hier. Handflächen groß. Seht ihr den da? Musik 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 Rundlang Am Viewpoint angekommen. Das ist eine geile Aussicht hier oben. Kann man mit dem Video oder Bildern gar nicht vermitteln. So, wir sind mal wieder fernab jeglicher Touristentouren unterwegs hier. Und siehe an, du findest mal wieder das geilste Restaurant, was es hier irgendwo an diesem Berg gibt. Guckt euch mal diese Möbel an. Das ist ja der Knaller. 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 So Leute, hier tragen die Elefanten, die Touristen, den Berg hoch. Elefanten müssen bewegt werden. Das sind ja große Tiere. Sie brauchen auch Bewegung. Aber ob sie jetzt unbedingt Touristen den Berg hoch tragen müssen, stellt die Sache in Frage. Und wir haben für uns beschlossen, dass wir das nicht machen. Ich weiß nicht, ob das hier durch das Video vermittelt wird, aber diese Elefanten müssen hier eine ziemlich steile Wegstrecke hochlaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt hast du angefangen zu weitermachen. Ich hoffe, wir wollen eher Bananen haben. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schau mal, Leute, wie schön bunt. Die haben sie ja nett gemacht. So, hier seht ihr mal, wie das aussieht mit dem Krautschuk, der hier gewonnen wird. Das Gummi. Mal zum Größevergleich. Hier gibt es kleine orangefarbene Mini-Papageien zum Gleich mitnehmen. Jeder will der Erste sein. Leute, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Aber der hört sich echt an wie ein Staubsauger. So, hier ist es eine große Herausforderung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. D하겠습니다. Weil wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.